Das ist die Familie Hobbs. Manchmal sind sie aufgeregt. Hi, Emily. Das ist der wichtigste Tag meines Lebens. Oh, oh. Manchmal übertreiben sie. Das reicht. Ich gehe jetzt da runter. Dewey, manchmal sind sie peinlich. Hört euch das an! Ist das nicht Emily's Bruder? Was tust du da, Joe? Und manchmal drehen sie durch. Und wer ist derjenige, der alles im Griff hat? Wer hier? Haha, der wird dich denn? Die neue Serie. Cedar Drum. Montag bis Freitag um 21 Uhr. Bei Nick Knight. như